Das war jetzt alles fest hier. Nein, also der Kahn geht richtig los. Also der geht wirklich richtig richtig los. Und ja, für alle die sich eingeschaltet haben jetzt hier bei Facebook, ihr werdet jetzt gleich unseren Start mal sehen, so live. Wenn das alles klar geht, werden wir in Holland weit vorne mitfahren. Hoffen wir jedenfalls, das ist auch eine Strategie, dass wir irgendwie nicht ganz hinten am Schluss sind. Das stimmt. Gesundes Mittelfeld wäre ja auch gut, dass wir sicher ankommen. Aber der Start ist halt wichtig, dann stehen halt 100 Boote in der Reihe und die preschen dann gleich los. Und wir werden den Start jetzt einfach mal simulieren, dass ihr gleich mal sehen werdet, wie schnell das wirklich ist. Ich weiß nicht, ob man das von draußen dann von der Kamera so sehen kann. Aber gut, genug gequatscht. Jetzt werden wir einfach mal den Hebel auf den Tisch legen und richtig schnell fahren. So, alles gut. Ja, ich würde sagen... Ich hab den Motor gerade. Ich hab den Motor nicht gerade. Der ist also der beschnellt. Gut. Ja. Einmal starten und Vollgas. Viel Spaß. Ja. 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 Da haben ich mir ein bisschen verweilen. Ja. Was ist das denn denn? So, also ich würde sagen, das Ding geht ab. Uns fehlt eine zweite Scheibe. Ich habe ganz viele Fliegen im Gesicht. Ja, also man muss, glaube ich, hier. Deswegen habe ich auch nicht umgebracht, aber ich hatte die Scheibe ein bisschen da wieder. Also macht euch auf. Ja, ein spannendes Wester gefasst. Und wie gesagt, Pfingstsonntag geht es los für uns im Training. Und dann könnt ihr das Ganze bei uns auf dem Channel live verfolgen. Also ich werde da ein bisschen live gehen, natürlich auch Daniel auf seinem Kanal. Und wir wünschen natürlich gute Unterhaltung und drückt uns die Daumen. Drückt Team Mercury Deutschland die Daumen, dass wir da zumindest nicht letzter werden. Das wird nicht passieren. Nein, ich bin total aufgehörig, weißt du das? Letztes Jahr haben wir den 30. gemacht von 98. Dieses Jahr machen wir den achten. Meinst du? Nee, das kannst du vergessen. Nein, nein. Nein, aber wenn wir so in der Platzierung kommen würden, wäre das schon ganz gut. Nein, wir geben alles. Wir geben alles. Wir werden sehen. Ja. Ja, in diesem Sinne. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir melden uns auf jeden Fall nochmal nachher. Vielleicht sogar mit einem Live-Press. Meinst du nochmal? Ja, vielleicht kriegen wir das hin. Weißt du? Na gut, wir haben jetzt zwei Fische raus, das ist alles gut. Alles gut. Wir werden nochmal ein paar Kanten anfahren. Und dann. Ja, ja. Dann. In diesem Sinne. Vielen Dank. Bis später. Bis später. Bis später. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mercury Deutschland. Boah, da ging so ab, ey. So was Geiles. Probe wird auf einmal eine von der K 않Мine Flage verholfen. Wo tribal auf den Essen. Vielen Dank.